Hallo und herzlich willkommen zurück zur definitiv letzten Aufnahme von Cake and the Crossfire Evolutionäre. Kack, stürzt nicht mehr ab, Spiel bitte, tu mir das nicht an. Ich hab jetzt mal so weit gespielt, wie ich konnte. Ich bin mit dem Internet verbunden, ich bin mal gespannt, wann mein Spiel diesmal Lust hat kaputt zu gehen. Jedenfalls, wie hab ich es dir denn diesmal bewerkstelligt? Also ich hab den Spielstand übernommen, den ich damals hatte. Ich habe dann eigentlich nur mit sehr viel Geduld sehr viel neu laden müssen und sehr viel anderen Kram, den ich jetzt nicht mehr erläutern möchte, hab ich einfach nur erstmal das Geld von dieser Basis kaputt gemacht. Und zwar abwechselnd mit, also meine Bombe hatte ich hier geparkt, wenn ich dann hier einhalten kann, hab ich die erstmal ein bisschen umgeparkt, dann ein bisschen hier unten hin und so. Und mit Schwebern, gefüllt mit Märtyrern, ja. Das ist auch sehr nützlich gewesen, um halt Gebäude schnell zerstören zu können, sodass mir die Flacke auch scheißegal ist. Dann hab ich mich nach hier unten weitergearbeitet, letztendlich bis hierhin. Ähm, hab dann hier ein paar Einheiten abgelegt, also sprich, ähm, hier, das, was da oben steht, hauptsächlich Kriegsmastrodons und, ähm, Flusspferde. Hab sie dann hier oben hingestellt, hab dann hier alles kaputt machen lassen, was die kaputt machen konnten. Bin dann in die Basis eingedrungen, hab festgestellt, die können keine Einheiten mehr bauen, weil die kein Geld mehr haben. Hab dann die Flacke bombardiert, hab dann den Rest bombardiert, erstmal die Türme, hab dann mit Bodeneinheiten noch den Rest gemacht, bin dann nach oben hingegangen, hab dann hier die vier Käfige befreit, die Gefängnisse, und das alles noch am gleichen Abend, äh, an dem ich auch aufgenommen hab. Ähm, ich hab auch spaßeshalber, weil das Spiel immer wieder abgeschmiert ist. Ich glaub, ich hab jetzt auch so eine Vermutung, woran's liegt. Und zwar, jetzt haltet euch fest, ich glaube, zum einen, die Internetverbindung ist auf jeden Fall dafür zuständig, weil, als ich das, ähm, nach der Beendigung der Aufnahme wieder mit dem Internet verbunden hatte, konnte ich keine fünf Minuten spielen, echt nicht. Ähm, und auf jeden Fall, falls die Internetverbindung nicht vorhanden ist, oder war, ähm, lag's, glaub ich, daran, dass zu viele Einheiten im sichtbaren Feld dargestellt werden mussten. Sprich, also hier dieses Helle hier, äh, und alles Helle, was ich hier, äh, auf der ganzen Map hab, sprich, überall, wo ich Einheiten hab und so, da zum Beispiel, ich glaub, das Spiel kann nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten generieren und darstellen. Und ich glaub, wenn diese Anzahl überschritten wird, kackt das Spiel ab. Weil, sobald die nämlich kein Geld mehr hatten und nichts mehr produzieren konnten, ist das Spiel nicht mehr abgeschmiert. Komisch, ne? Jetzt grad bin ich noch mit dem Internet verbunden, ich bin mal gespannt, ob das nochmal abkacken will, das Spiel. Ich hoffe es mal nicht. Und sorg jetzt einfach mal dafür, dass der Rest auch kaputt ist. Hier hätte ich ja noch ein paar Reste von der allerersten Basis, die ich damals angegriffen hatte. Ui, da ist aber noch eine Einheit. Tschüss. Hehe. Ähm, die Geißeldämon sind übrigens voll für den Arsch. Und die letzten Einheiten müssten diese drei lustigen Gefährte sein. Und? Äh, jetzt achtet mal auf die Zeit. Ne? Achtet mal auf die Zeit, bitte. Sieben Stunden, siebzehn. Ja. Warum die so viel ist, also ich schätze mal, locker eine Stunde können wir eigentlich davon abziehen. Weil, ich hatte nämlich zwischendurch auch mal die Idee, dass das vielleicht irgendwie nach einer bestimmten Zeit nachladen des Spielstandes irgendwie abschmiert hat, Spiel. Ähm, war aber nicht so. Weil ich bin dann einfach, ich hab einfach mal eine halbe Stunde das Ding laufen lassen. War mir jetzt noch auch, hab ein bisschen Haushalt gemacht und so ein Kack. Und, äh, es lief dann einfach nur weiter und meine Basis war halt ziemlich im Arsch. Dann muss ich erstmal wieder nachbauen und so. Aber macht nichts, ich hab's überlebt. Ich hätte natürlich auch einfach neu laden können, das wäre natürlich so einfach gewesen, aber ich war in dem Abend so angepisst, ne. Unfassbar. Auf jeden Fall, der verdiente Sieg. Auf jeden Fall, wenn man sich das mal reinzieht, guck mal, 250 Einheiten verloren. Wir haben jetzt ungefähr zehnfache von denen besiegt. Ich schätze mal, ungefähr 2300 davon haben unsere Türme beseitigt. Weil die einfach nur da standen und meine Türme reingelatscht sind, was auch sehr gut war. Kartoffelschäler. Und jetzt genießt das Outro. Ich hab's selbst noch nicht gesehen. Ich wollte nur gucken, wie viel er noch bis zum Ende übrig bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich find's sehr schade, wirklich, weil, ähm, zum einen glaube ich, dass es selten ein Let's Play gab, wo ich so eine Entwicklungskurve hatte, von meinen Fähigkeiten her. Also nicht, dass ich das Spiel jetzt top kann oder so. Aber wenn man mal bedenkt, wie ich mich am Anfang angestellt hab, gerade im Bereich der Verteidigung. Und ich sag mal, in den letzten paar Missionen hatte ich mit der Verteidigung eigentlich weniger Probleme. Die Probleme im Angriff existieren nach wie vor, ja, 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 ja. Ähm, was ich nur leiser schade finde, sind die letzten beiden Missionen. Okay, die machen ungefähr ein Fünftel des kompletten Let's Plays aus, das seh ich ein, klar. Ähm, nur leider, äh, das hat keinen Spaß mehr gemacht, das aufzunehmen. Ich mein, das zu spielen, wenn's an und dauernd abstößt, das geht noch irgendwo. Aber es dann aufzunehmen und dann immer wieder, öh, war die, war die Aufnahme okay? Oder hat ihr irgendwo was abgeschnitten? Oder funktioniert die Video in der Zeit vielleicht nicht? Oder sonst irgendwas? Und keine Ahnung, dann wieder neu aufnehmen und in der Hoffnung, dass es dann länger als eine halbe Minute geht und es schmiert dann nach 20 Sekunden ab. Und sowas ist scheiße, das macht dann keinen Spaß, wirklich nicht. Ähm, deswegen die letzten beiden Missionen auch nur in sehr stark verkürzter, ähm, Version habt ihr die leider nur sehen können. Ich mein, die Verteidigung habt ihr natürlich alle top mitbekommen, ist klar, und die Angriffe leider weniger. Ähm, war eigentlich auch relativ unspektakulär. Ich hab das meistens mit Bombern gemacht, wie gesagt, und inzwischen immer ein bisschen mit Bodeneinheiten, weil ich keinen Bock hatte, immer auf die Bomber zu warten, bis sie mal fertig sind. Gerade gegen Einheiten waren die ja nicht so gut. Äh, es hat mir aber trotzdem sauviel Spaß gemacht, ähm, ich bin auch stolz, endlich mal die Spiele durchzuhaben. Das ist ja auch eine Baustelle, die ich schon seit, boah, 10, 12 Jahren hab, oder noch länger, weiß ich nicht. Damals noch die Playstation-Version, klar. Aber ich fand es damals wirklich unschaffbar für meine Verhältnisse. Jetzt, wo ich wenigstens in der Mission speichern konnte, war es für mich möglich zu schaffen. Und keine Sorge, ich werd's auch privat, ähm, mit den anderen beiden Fraktionen spielen und werde euch dann zumindest mit den, ähm, wie ich auch schon im letzten Part erwähnt hab, glaub ich, äh, mit den Endsequenzen, äh, beglücken und mit nem kurzen Gelaber vorher, wie es dann halt mit der Fraktion ist und so. Aber es kann dauern, es kann sehr lange dauern. Ich hab jetzt noch nichtmals angefangen mit den anderen. Wir haben heute den, pff, 15. September, ja. Ich komm grad von meiner Freundin wieder und wollte das jetzt noch unbedingt aufnehmen. Ähm, ja, und auf jeden Fall, äh, ich werd's auf jeden Fall machen. Wundert euch dann nur nicht, dass dann irgendwann, wenn ihr andere Projekte seht, ähm, wenn dann irgendwann ein KKND-Part kommt, so von wegen, hö, wie, was, emotionäre, was, Menschen, wie, Serie 9, jetzt versteh ich nicht. Äh, das sind, das sind dann die entsprechenden Videos. Ich weiß nicht, wie lange die gehen werden. Ich denk mal nicht länger als eine halbe Stunde, auf keinen Fall. Das ist jetzt auch der kürzeste Part mit Abstand wahrscheinlich. Äh, weil der eigentlich nur aus meinem Gelaber besteht und der Endsequenz. Ähm, aber es ist ein sehr cooles Spiel. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, waren diese, ähm, ja, unabhängige Ressourcenbeschaffung. Also halt hier mit den Riesenschweinen. Das fand ich eine sehr gute Idee. Und auch das Steinschere-Papier-Prinzip ist an sich auch nicht schlecht, nur, dass ich das ein bisschen undurchschaubar fand, ähm, was jetzt gegen was gut ist. Bei Command & Conga zum Beispiel ist das so, okay, Raketenwerfer sind super gegen Gebäude, äh, Entschuldigung, gegen Fahrzeuge. Ähm, gegen Infanterie kann man damit aber nichts anrichten. Und so, so eine Regel gab's hier halt irgendwie nicht, fand ich. Ich hätte zum Beispiel erwartet, dass Raketen auch hier gut gegen Fahrzeuge sind, aber die waren super gegen Menschen. Und was gut gegen Fahrzeuge war, kann ich jetzt letztendlich gar nicht sagen, jetzt wo ich die Evolutionäre hatte. Doch, die Kriegsmastodons waren gut gegen Fahrzeuge, stimmt. Außer Infanterie-Technisch, pfff, keine Ahnung. Auf jeden Fall find ich das wirklich ein bisschen schade, dass das jetzt so ein Ende nehmen musste, leider. Ähm, aber ich kann auch nichts machen. Also, ich hätt's natürlich immer wieder aufnehmen können, aber die letzten Parts haben schon mehr aus Schnitten bestanden als durch Inhalt. Oder aus Inhalt, nicht durch. Und das fand ich halt schon wirklich schade. Man merkt, glaub ich, dass ich das durchaus schade finde, dass es jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hatte. Jedenfalls, ähm, für alle Strategie-Fans, die sehen wollen, wie ich abkacke und so, ich mein, das Spiel, da könnte man jetzt ja meinen, dass ich das vielleicht ein bisschen kann. Ähm, ich werde Ersatz schaffen. Ich werde versuchen, ich kann's direkt sagen, weil wenn ich euch Tipps gebe, den Tipp, den ich mir nicht geben würde, wäre, das ist Nachfolger von dem Let's Play, was ich schon, also von dem Strategie-Spiel, was ich schon mal geletsplayt hab, da nun zwei zur Auswahl stehen, nämlich Cake-Indie und Command & Conquer, wird man schnell darauf kommen, dass es Command & Conquer Alarmstufe rot ist. Zumindest hab ich das vor. Ich hatte bisher leider nur, ich mein, das ist auch schon ein bisschen länger her, wo ich das das letzte Mal probiert hab, hatte ich Probleme mit dem Aufnehmen. Schnauze. Ähm, ich geh mal hier auf die Option, vielleicht startet dann die Demo nicht. Ach, guck mal! Geil, kann man den auch rausstellen? Schleier, Nebel und Schleier und Schleier. What? Pff, geiler Hallo. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ähm, ich werde, weil hier fehlen ja noch zwei Parteien und dann werde ich entsprechend versuchen, Alarmstufe rot aufzunehmen, Command & Conquer Alarmstufe rot 1. Werde dann mit den Alliierten beginnen, was zum einen immer die erste CD war, zumindest von der plästischen Version, und zum anderen auch noch die schwierigere Kampagne, ist meiner Meinung nach, die ich auch noch nie durchgespielt hab, und werde dann mit den Sowjets weitermachen. Mit denen hab ich als Kind durchgespielt schon mal, sogar auf der plästischen Version, wo ich in der Mission nicht abspeichern konnte. Ist nur leider auch schon ungefähr 15 Jahre her. Ja, he, wo daher, meh, wird's ne runde Sache irgendwann. Gut, ähm, ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Hab mir ne Menge Spaß gemacht, mich hier echt durchzukämpfen, das waren ja wirklich Kämpfe bei mir. Die letzte Mission fand ich schon richtig krass, also grad gegen die Menschen, ähm, weil die Mission gegen die Menschen, da musste man sehr viel verteidigen, und bei der Serie 9 hingegen fand ich, dass man dann, äh, mehr Schwierigkeiten hatte anzugreifen, weil die einfach so dicht standen, da schwanden überall Einheiten, man konnte einfach nix machen. Bei den Menschen hingegen haben die die ganze Zeit produziert und haben mich unentwegt angegriffen. Wirklich ohne Pause. Deswegen wird's für mich bei Koine Gok eigentlich ne ganz gute Abwechslung sein, wenn ich dann auch mal manuell reparieren kann, weil ich da keinen Mechaniker für brauch. Yo, so viel eigentlich nur von meiner Seite. Ich hoffe natürlich auch, es hat euch gefallen. Ein paar Zuschauer haben sich das wirklich angetan, das find ich auch sehr schön. Ich hab eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich das ein paar Leute so intensiv anschauen. Danke nochmal an euch und danke auch für die ganzen Tipps hier mir, also beziehungsweise an die Leute, die mir versucht haben, das Spiel ein bisschen näher zu bringen und zu erklären. Hat auf jeden Fall was gebracht. Auch wenn's meistens nur in der Form war, dass ich, ähm, meine eigenen Vermutungen bestätigt bekommen hab. Aber ist ja auch schon mal was, ne? Also, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Was jetzt als nächstes kommt, weiß ich noch gar nicht. Es wird auf jeden Fall irgendwas relativ Kurzes sein, was, denke ich mal, nicht mal 20 Parts haben wird. Ähm, irgendwas Retro-lastiges, das E-Mat für'n NES oder'n Amiga wieder, weiß ich nicht. Aber ich verspreche noch nichts von wegen 20 Parts. Ich denk mal nur, so vom normalen Umfang des Spiels her dürfte es nicht so lang sein, aber je nachdem, wie ich mich ansteck, kann's natürlich lang werden. Also, ne? Bis dahin. Ansonsten an alle Strategiefeldungen dann bis, Kommandokok, Alarmstufe Rot, ne? Tschüss. Tschüss! Bis dahin!